Ein winziges bisschen schlechtes Gewissen regte sich in Erjik. Sie war seinetwegen hier gewesen. Wenigstens hatten die Langsameren Aruna Moriana auf diese Weise auch eine Heldentat vollbracht, von der sie nun ihren Kindern und Enkeln erzählen konnten. Zumindest, wenn sie das hier überlebten. Erjik hatte gar nicht bemerkt, dass er stehen geblieben war, um das grausame Schauspiel zu beobachten. Panisch drehte er sich in die andere Richtung und sah, dass seine Leute, Dallmann eingeschlossen, ihn überholt hatten. Er registrierte, dass er sich genau zwischen ihnen und ihren Angreifern befand. So schnell er konnte, rannte er wieder los und versuchte, sich seinen Kameraden anzuschließen. Obdach Dies gelang ihm erst zwei Straßen weiter, wo sie hinter einer Ecke auf ihn warteten. Er war blass, keuchte und hatte grässliche Seitenstechen, wie er es noch nie zuvor in seinem Leben gehabt hatte. Es fehlte nicht viel, dann hätte er gekotzt, und er war sich sicher, dass irgendetwas in seinem Inneren gerissen war. Etwas unwirsch ließ Dallmann ihn wissen, dass er sich gefälligst zusammenreißen sollte. Nicht mit Worten. Er gab Erjik einfach eine Ohrfeige. Das tat ganz schön weh, und Erjik wollte fast schon protestieren, aber dann verstand er, warum der Mann so gehandelt hatte. Er musste seine Gedanken wieder gerade rücken. Unbedingt. Sie hatten ihre Orientierung verloren, wurden von dem städtischen Kampftrupp erbarmungslos gejagt. Wo waren nur die anderen namersanischen Truppen abgeblieben? Die mussten doch hier irgendwo sein. Zwar waren unter den Leichen, über die sie wieder und wieder hinweggetrampelt waren, auch immer wieder namersaner gewesen, doch ihre Zahl war deutlich geringer als die der hier Ansässigen. Sie rannten weiter, und ihre Verfolger hatten offenbar ebenfalls nicht vor, aufzugeben. Erbarmungslos wurden Erjik und seine Leute von den abgerissenen Arünamorianern durch die Straßen gehetzt, und bald wurden sie erneut daran erinnert, dass sie nicht die einzigen waren, die über Bolzen und Pfeile geboten. Der alte Julimahn wurde von gleich drei Armbrustbolzen durchlöchert und brach blutspuckend zusammen. Erjik war gerade eben geistesgegenwärtig genug, um den sterbenden Körper des alten Mannes zu überspringen, und dabei dachte er gerade, dass es ohnehin ein Wunder war, dass dieses Fossil so lange hatte mithalten können. Da blieb er mit dem linken Fuß an einem aus dem Rücken des Mannes herausragenden Bolzen hängen, geriet in Stolpern und stürzte. Sich überschlagend, panisch und keuchend kam er zum Liegen. Die anderen, allen voran Dallmann, unterbrachen diesmal ihre Flucht und halfen dem Ungeschickten wieder auf die Beine, während die Soldaten der Stadtwache näher rückten.